10 Kämpfer! 10 Sieger! Der geflückte Trieger ist er! Der Hauptfunk! Der Todesengel! Röntel! Applaus für den Dicke! Dieser längste Herausforderer kommt direkt aus dem Münchnerabzug! Meine Damen und Herren, der Einzige, der es mit einem Engel aufnehmen kann, ist der Teufel selbst! Ich präsentiere Ihnen den erstaunlichen, den fantastischen Nightcrawler! Das ist eine große Hochspannung! Recht gehabt! Gut, haltet! Ja! Hey! Hast du dich verlaufen, kleine Maas? Der Kampf ist da vorne! Was ist das? Ja! Wir werden uns töten! Gleich wird's gut! Ah! Meinst du das? Ja! Gott, das ist alles auf der Zeit! I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Komm mit mir! Stehen dran! Hey, wo sind Sie hin? Sie sind da lang! Sie sind da lang! Du kannst...